so meine lieben willkommen zurück jetzt schauen wir mal hier werden wir soweit fertig hier haben wir alles gucken wir mal wo wir als nächstes hingehen können also die kanalisation haben wir gestern gesehen war ein bisschen zu stark ein bisschen viel haben wir hier kanalisation stufe 2 da waren wir schon aber wir können ja mal versuchen hier runter zu gehen geht das hier vielleicht nicht die dafür von nicht was haben wir hier ok da war ein bisschen zu stark was machen wir jetzt als nächstes denn schwören die hätten wir schon scheinlich wenn dem so ist dann frei ja 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 hat er überlebt hat er überlebt das wird aber auf jeden fall nicht überleben habe ich mich schon gedacht ja 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 суд ja ja j�� ja j�� ja Heilige Licht, illuminate die Dorfnis. Das ist nicht ideal. To work. Oh, dear. To work. Abfahren bis drei. Ist schon. Sehr schön. Hey. Eine üble Halunke, der für seine besten Freund vom rechten Weg abgekommen ist. Seine Hauptaufgabe besteht darin, tellerweise Gerichte zu verspeisen, die sein Freund, der irgendwann mal ein Restaurant eröffnen möchte, zu Übungszwecken für ihn kocht. Das Zeug schmeckt nicht besonders gut, aber er bringt es nicht übers Herz, das laut auszusprechen. Können wir mal versuchen. Hier ist eigentlich kein Problem. Ey, was fällt dir ein? Ich liebe meine Arten. Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Das hat ihn wachgerüttelt. Oha. Seht der hier auf mich aus. Hallo? Aufstieg. Na, wer sagt das denn? Stufe 22 erreicht. Röhrstein, die Mühen alle Male wert. Gut, behören wir ihn mal. Zeit für eine kleine Befragung. Ah, schwach. Sehr gut. Damit kriege ich ihn. Ach, ist schon passiert. Ein übler Halunke, der viel Geld so ziemlich alles erledigen würde, von Pfandleiher bis hin zum Adeligen, neben verschiedensten Dienste, Leute seinen Dienst in Anspruch. In seiner Freizeit kocht er gerne und will von einem Ersparten, sollt irgendwann ein Restaurant eröffnen. Er übt fleißig und setzt seinen besten Freund ständig Gerichte zum Probieren vor. So, meine Lieben, dann gucken wir jetzt mal, wohin wir gehen können. So, da waren wir schon. Ah, was haben wir hier? Thron, Kapitel 3, aber auch Stufe 31. Ich habe eine Idee, Freunde. Ja, ganz genau. Wir können hier rüber gehen. Ich denke, das wäre die beste Alternative. So. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo abspeichern können. Genau hier. Jawohl, dahin wollen wir. Errungenschaft freigeschaltet, Segel setzen. Cool. Hier ist ein Schiff zu Bruch gegangen. Oh, was haben wir denn da? Hey, du, lass meine Mutter in Ruhe. Äh, äh, es tut mir leid. Was tut sie denn leid? Taschentuch, trügerisches Blatt. Nimm mal. Tut mir leid, es ist, es tut mir leid. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Was stimmt denn nicht mit dir? Lügerisches Blatt nochmal bekommen? Wo sind wir denn hier? Wie heißt das hier? Hafen, äh, Wildland. Bruchgratterhafen. Bruchgratterhafensimmer. Ab heute bin ich ein anderer Mensch. Hier will ich einen Neuanfang wagen. Freut mich für dich. Äh, was soll das? Wer wird denn gleich so gemein sein? Ich liebe meine Arten. Jetzt dann. Ich habe eine Weile gefunden. Ich brauche einen Plan. Entschuldige mich für einen Moment. Das war es für ihn. Hm. Ich habe es noch schlimmer Methoden gesehen. Das ging relativ zügig jetzt, ne? Ich habe vergessen, ähm, die Leute zu... Halte Informationen. Ja, gut, ob wir das benötigen. Ich muss wohl etwas Überzeugungsarbeit leisten. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt benötigen hier. Ich weiß gar nicht, ob wir das benötigen. Ich weiß gar nicht, ob wir das benötigen. Sehr gut. Take that! Keinem seiner Lebenswürfe je sonderlich Erfolg hatte, liegt für ihn einzig und allein an seiner Umgebung. Er glaubt, in einer neuen Gegend würde sich endlich alles zum Besseren wenden. Schauspieler, Maler oder Politiker, er kann sich einfach nicht entscheiden, was er dort dann auch aus sich machen möchte. Was du nicht sagst. Machen wir hier auch nochmal, Freunde. Geschafft. Eine wortkarke Frau, die gehetzt in der Gegend umherblickt und dabei am ganzen Körper zittert, als habe sie entsetzliche Angst. Sie ist so abgemagert, dass man sie am liebsten fragen möchte, was ihr wohl zugestoßen ist. Oh, das ist natürlich schade, ne? Wahrscheinlich Drogen oder so. Keine Ahnung. Na, Bale hat schon in sich. Lehrer, Minzbeutel, alter Stoff. Versuchen wir trotzdem. Ich spiel dich hier nicht auf, nur weil du ein Gelehrter bist. Der hat mich beklaut. Ich glaube, ich bin da. Habt ihr das gerade gesehen? Muss schleunigst aus dem Verkehr gezogen werden, hier der Kollege. Und wieder. Also, Sachen gibt's. Ich hoffe, dass ich das gleich alles wiederkriege. In der Zukunft von Wissen. Streich sie runter. Ich schaue direkt durch dich. Geh das. Jetzt dann. Paye auf. Ich hoffe, das haben wir jetzt auch wiederbekommen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich muss ihn nicht wirklich befragen, oder? Ich weiß es nicht. Wir machen es trotzdem einfach mal. Warum nicht? Was? Der beklaut uns auch? Was sind das denn hier für Leute? Atone für deine Sins. Holy Light. Illuminate die Dunkelheit. Oh. Ich gehe direkt vor dir. Sehr gut. Repent. Take that. Wie ist das für dich? Take that. Where was I? Where was I? Where was I? To work. Take that. Pay up. Very well. There. Ooh. Pay up. Repent. Ne. Den können wir leider nicht brechen. Wie können wir den hier abhauen? Abgeben. Okay. Das ging einfach. Nicht sehr ergiebig. Der ist viel zu stark auf jeden Fall. Oh. Phoenix Fäsche hat der. Das ist wieder ein besonderes Item. 2, 4, 5. Ah. Schade. Phoenix Fäsche hat der auch sehr nice. Verführerisches Parfüm und unfehlbarer Ring. Das können wir machen. Ich lasse nicht zu, dass sich irgendjemand zwischen uns drängt. Ich will ja nicht zwischen euch. Ich will ja nur ein bisschen. Wissen dein Harpon gut? Den würde ich doch gar nicht. Töne es wieder. Ich brauche ein Plan. Feuer. 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 Ein Wege. Hm. Ich habe es schlimmeren Methoden gesehen. Klebrige Blume. Gucken wir mal, was der unfehlbare Ring kann. Macht ein Verbindel für zwei Runden zum Ziel vom Einzelangriff eines Gegners. Ah ja. Oh, der ist leicht. Lass mal stecken, Freundchen. Ich liebe meine Arten. Ah, dann bist du ein Hit, mein Freund. Wird nicht wehtun. Das war's schon. Okay. Okay. hat alles seine gründe auch wenn ich nicht darüber reden kann du siehst nicht aus als müsstest du dich heimlich an bord schmuggeln leuchtende ringkeule ja warum nicht probieren wir mal ich kann mich nicht daran erinnern dir auch nur ein blatt schuldig zu sein ich brauche ein plan ja komm mach mal ausnahmsweise mal normalerweise würde ich das jetzt nicht machen eigentlich verschwendung aber ausnahmsweise mal kann sich auch heilen da gibt es denn sowas so jetzt ist aber ein schluss mit lustig hier die den ring können wir mal gucken was kann er ausweichen 20 jahre jetzt nicht der bringer aber besser als nichts ne darf man ihrer seite weichen endlich können wir zusammen sein es ist als wäre ein traum wahr geworden wenn die an deinem leben liegt dann solltest du nicht einfach so wildfremde leute ansprechen schon die gerüchte gehört dass man in anderen ländern für hiesige waren hohe preise erzielen kann ich persönlich denke ja da ist was dran hiehie quatsch mich nicht einfach von der seite an es sei denn du willst schmerzen klein ganove bähl quatsch mir die aber nochmal kurz an ab heute bin ich ein anderer mensch hier will ich ein neuer fangen wagen genau haben wir schon ja genau das haben wir auch schon okay dann gucken wir uns mal hier um hier kommen gegner wo sind 300 freunde oder und 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 Ich würde mich ja gerne mal hinlegen Aber wir können uns ja erstmal heilen Was ist das? Bruchteil des Mondes, Segen der Macht, genau Oh, das war ja easy peasy Oh, die geben ganz schön viel Geld hier, ne? Die geben sehr gutes Geld Oh, Kukuri Das ist eine neue Waffe, Freunde Ich glaube für sie, kann das sein? Ja Oh Ist leider überhaupt gar nicht gut Das Kukuri Aber mal so voll gar nicht, gar nicht gut Na toll Altraube Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Oh, 41. Das ist wirklich eine gute Fähigkeit, ne? Um seine Magie wieder zurückzubekommen. Bereit? Denkst du Zeitpunkt. Um zu arbeiten. Du wirst nicht dafür sorgen. Das ist das. Oh, ja. So, jetzt die Frage, gehen wir hier oder gehen wir durch die Brücke? Ah, dann bekommen wir Agnea, wenn wir hier weitergehen. 1.600. Was haben wir hier? Arendtal und Bildland. Arendtal-Waldweg. Jetzt sagen wir, gehen erstmal hier lang. Oh, ein Kyla. Riesen-Kyla. Okay, es sollte, glaube ich, mal lieber... Magie benutzen. Riesen-Kyla. Oh, was? Illuminate the darkness. Boah, es ist auch so viel. Oh, Gott. Wie ein Tantrum das war. War wirklich schön gemacht hier, ne? Ok. Das war. Beheldalf. Was ist ja? Wie ein Tangier.